Vielen Dank, dass Sie auch die Pass fahren und damit Sie auch in Zukunft sicher fahren und auf den Schuh geknachten, die kleine Zupertüte für Sie mit einem Leckerli. Sehen Sie, da kommen Sie heute genau zur rechten Zeit. Ja, da kann man doch mal nach. Und dann wird alles sicher. Ja, wir wünschen eine Einnehme weiter fort. Die Aktion Schuh-Tüte nennen wir die und die Aktion wird im Endeffekt als Pilotprojekt zwar von der PD Ost geführt, aber wir in der Polizeidirektion Nord machen das jetzt auch für dieses Jahr und bisher kommt die sehr gut an die Aktion. Wir hatten hier an diesem Standort knapp 100 Zuckertüten und die sind wir einer halben Stunde weg gewesen.